Willkommen zu den heutigen Vivi News. Die ersten Peter Paner NFTs werden auf der Vivi App droppen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Marvel Collectibles an, die geburned werden. Und wir schauen uns selbstverständlich nochmal kurz den Omikos an. Das kommt noch sehr viel mehr im letzten Video. Willkommen on board, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Heute auf jeden Fall wieder mit einer kleinen Sparte an Themen mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt ran ins Video. Ich würde mich aber auf jeden Fall riesig über ein Like hier von dir unter diesem Video freuen, wenn du diese Videos feierst. Und jetzt viel Spaß. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle auch direkt mit dem nächsten Job und der nächsten Characterseries, die wir hier sehen werden. Ich freue mich aus dem bekannten Film Peter Pan. Und wir sehen an dieser Stelle hier das Ganze am Samstag um 17 in deutscher Zeit mit insgesamt drei Collectibles. Wir sehen das Ganze natürlich wie immer hier auch im Blindbox-Waitlist-Job-Format. Als allererstes bekommen wir hier einmal Tinkerbell, beziehungsweise bekommen wir dreimal Tinkerbell, leider. Ja, als erstes hier eine Rare Listenpreis pro Box, sind 40 Gems. Ansonsten die Editionzahl hier 2493 und natürlich auch eine First Appearance. Anschließend haben wir dann hier eine weitere animierte mit Sound, Tinkerbell. Ja, in einer Lampe müsste das hier sein. Und das Ganze wird eine Editionzahl von 1953 Stück haben. Natürlich hier eine Ultra sein und eine First Appearance wieder sein. Als nächstes haben wir dann hier noch ein weiteres Mal Tinkerbell als Secret. Hier werden wir das Ganze mit einer Editionzahl von 853 Stück sehen. Und natürlich auch wieder hier eine First Appearance. Unter anderem sehen wir hier auch noch den nächsten Stift von Walt Disney Animation Studios, der sozusagen dann hier für diesen Tisch gebraucht wird. Das ist an dieser Stelle dann der vierte von fünf Stiften, den wir hier sehen werden. Bis jetzt ist der rote Stift der erste Stift tatsächlich der Stift, der am wichtigsten ist, weil es den nämlich am wenigsten gibt. Und dementsprechend braucht man diesen Stift auf jeden Fall, um hier dann auch wirklich diesen Tisch zu craften. Von daher muss man dann tatsächlich sehen, wie sich die Editionzahlen von den zwei letzten Drops jetzt hier noch entwickeln. Bis jetzt sieht es aber tatsächlich danach aus, dass der rote an Wert gewinnen wird, weil er einfach am seltensten ist. Eine ganz wichtige Ergänzung übrigens hier noch zu dem Stift. Ihr könnt insgesamt nur einen Stift pro Account bekommen. Das heißt, wenn ihr auch drei Collectibles auf einem Account im Markt kauft, dann bekommt ihr auch nur einen Stift. Das heißt, ja, muss man sich an dieser Stelle tatsächlich überlegen, ob man hier mehrere Collectibles dann im Markt kauft oder tatsächlich wirklich nur eins, um hier dann auch wirklich nur einen Stift zu bekommen, weil mehr werdet ihr auf jeden Fall pro Account nicht bekommen. Ansonsten der AirDrop selber wird am 11. September, das heißt am Montag, hier stattfinden. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen hin, aber bis dort müsst ihr dann auf jeden Fall euch noch gedulden. Als nächstes kommen wir zu den Collectibles, die jetzt geburned werden von Marvel und das sind nämlich Howard the Duck und Kang. Das sind auf jeden Fall zwei Collectibles, die schon relativ lange im Markt auch nicht sold out gegangen sind und nur wird es so sein, dass diese Collectibles heute noch geburned werden. An dieser Stelle, je nachdem wann ihr dieses Video hier seht, ist das Ganze vielleicht sogar schon geburned, wer weiß. Aber das wird auf jeden Fall hier natürlich einen massiven Einfluss auf die Edition zahlen, die sozusagen im Circulation Supplies sind bzw. im normalen Secondary Market nochmal extrem reduzieren und könnte auch kurzfristig für einen kurzen Pump sorgen. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz den Omikus an. Es geht zwar gerade echt relativ unspektakulär weiter, nichtsdestotrotz wollte ich auf jeden Fall darauf nochmal ganz kurz eingegangen sein. Momentan sind wir hier 2,7% im Plus, halten uns hier wacker über den 3 Nullen. Das ist schon mal erstmal sehr, sehr gut. Und wenn man sich insgesamt den Chart anschaut, dann sieht man hier, dass wir in dieser Zone jetzt auch erstmal reagiert haben, haben wir erstmal absorbiert. Ich sage mal so, ich kann jedem auf jeden Fall an dieser Stelle auch das Video von Johns Cryptotherapy empfehlen. Der macht das Ganze zwar auf Englisch, aber doch relativ präzise und hatte zum Beispiel auch hier diesen letzten Pump relativ gut prediktet. Ich persönlich für meinen Teil denke auf jeden Fall, dass wir hier in diesem Bereich nochmal reinkommen können. Betonung liegt hier aber ganz klar auf können. Da hängt das natürlich ganz stark davon ab, wie sich das Sentiment jetzt eventuell noch drehen könnte, durch äußere Einflüsse. Und ja, dementsprechend, wir haben uns jetzt erstmal hier gut gehalten, wird man sehen, ob sich das Ganze halten wird oder ob wir dann tatsächlich hier weiter runterfallen. Ich persönlich gehe aber wie gesagt davon aus, dass wir hier eher nochmal runterfallen. Dementsprechend warte ich momentan noch mit dem Nachkaufen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Heute zwar etwas kürzer, aber trotzdem hoffentlich für dich da draußen informativ. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.